Kim K. stellt weiterhin ihr hartes Leben als Kardashian zur Show. Auf Instagram zeigte sie ein Bild, wie sie ihren Hintern in der Sonne Mexikos bräunt. Natürlich sind Bräunungslinien die größte Sorge eines Reality-TV-Stars. Um sicherzustellen, dass ihr durch und durch brauner Look nicht durch Bräunungslinien gestört wird, ließ sie ihr Oberteil weg. Sie nannte das Bild unsere schönen Damenkurven. Denn neben ihrem Hintern war auch der hübsche Babybauch ihrer schwangeren Freundin Abby Wilson zu sehen. Fans der 33-jährigen Kim durften sich ebenfalls über eine heiße Aufnahme von ihr im Pool freuen. Und nach diesen Bildern ist Kim wohl nicht die einzige, die eine Abkühlung braucht.